1 zu 0 für Trimbo 1 zu 0 für Trimbo 2 zu 3 für Trimbo 1 zu 0 für Trimbo 2 1 zu 0 für Trimbo 1 zu 5 1 zu 0 für Trimbo gegen Goyselecchi. Gratulation dem Team Jura Südfuss zum Göb-Sieg bei den Junioren C. Jetzt für Trimboch Nummer 12, Haveli Manuel. Es bleibt beim 1 zu 0 für Trimboch. Jetzt für Harkingen der Reto Yaki spielen mit der Nummer 4. Er trifft 1 zu 1 und entzündet noch je zwei Schützen. Wir spielen mit der Nummer 7 von Trimboch. Matthias Haller trifft zum 2 zu 1. Der dritte Schütze für Harkingen ist der Spieler mit Nummer 6, Daniel Pflüger. Untertitelung des ZDF für Harkingen 8, 18 bis 12, 2, gehen ... ...16 bis 2, gehen ... ...8, 10 bis 12, gehen ... ...2 bei A40, kein Wankungen ... Und der trifft zum 2 zu 2 Ausgleich nach je drei Schützen. Jetzt für Trimbach Lucien Baumgartner Nummer 9. Es bleibt beim 2 zu 2 ohne Entschieden. 4. Schützen für Herkinge Roger Stöckling Und der trifft 3 zu 2 für FC Herkinge. Applaus Für Trimbach Claudio Zimmerli Nummer 10. Und er vergesst und damit hat Herkinge das Spiel gewonnen. Und wird Sonorna Cup-Sieger von der 30 plus. Herzlichen Dank der Ration am FC Herkinge. Applaus Für Trimbach Für Trimbach Für Trimbach Für Trimbach Für Trimbach Für Trimbach Untertitelung des ZDF, 2020